Ja ihr Lieben, so jetzt sind wir hier an der, warte mal, an der Brücke 10, Kiezbrücke 10, die bekannteste, wie heißt diese komische Brücke, ich weiß auch nicht, jedenfalls wie vom Dock 10, Landungsbrücke, Landungsbrücke 10, Landungsbrücke 10, genau. So und es ist jetzt Mittagspause und was macht der blöde Tori? Frisst Fischbrötchen. Ja da drüben habt ihr schon gesehen, da sitzt meine Crew und wir drehen heute den ganzen Tag bei dem wunderschönen Wetter hier an den Landungsbrücken, morgen nochmal im Hotel und dann ist schon wieder Schluss, da sind die drei Tage schon wieder rum, aber es war wieder eine Wahnsinnserfahrung, mal nicht Hartz IV TV, mal richtig niveauvolles TV und das jetzt hier an der Brücke 10. Und dann wird's ja auch gespannt, mmm, ciao!